so und hier zeige ich wie eine abnahme am ende und am anfang der runde gemacht wird wenn wir mit den wenden runden häkeln und zwar das ist wichtig zum beispiel bei den socken mit dem herz da machen wir abnahmen für die ferse und wenn eine abnahme bereits schon am ende oder am anfang der runde gemacht werden muss dann wäre das wichtig nehmen wir an ich mache das mit kleineren muster nur diese letzte und erste abnahme nehmen wir an wir haben diese abnahme die letzte abnahme ganz am ende ganz am ende der runde gemacht haben das ist die letzte abnahme und dann müssen wir schon die runde schließen in die erste feste masche diese runde so dann wenn wir die arbeit wie beim häkeln rein und da wir bereits nach dem wenn bei der nächsten runde schon eine abnahme haben stechen wir verfolgt die häkeln nadel wir stechen die häkeln nadel zuerst in die in diese feste masche in die wir die vorrunde geschlossen haben einmal überspringen die kettmasche mit der wir die vorrunde geschlossen haben und stechen die häkeln nadel in die abnahme in die letzte abnahme die jetzt am anfang nach dem wenden liegt auch die häkeln nadel ein und häkeln diese zwei feste maschen zusammen und dann häkeln wir die festen maschen weiter bis man also mit abnahmen und zunahmen bei den socken mit dem herz zum beispiel aber ich zeige hier nur abnahme am anfang und am ende der runde diese abnahme ich zeige jetzt am ende der runde die abnahme so und in dieser maschen die wir die erste feste maschen bei der ersten abnahme gehäkelt haben häkeln wir dann nicht mehr weil wir diesem in dieser masche bereits eine abnahme gemacht haben und wir schließen die runde in die in diese erste abnahme dieser runde wenden die arbeit wie beim häkeln in rein machen eine steiger luftmasche so und jetzt liegt diese abnahme diese abnahme eigentlich hinter der arbeit das heißt wir müssen dann am ende der runde eine abnahme machen deshalb schlage ich vor also die kettmasche die erste kettmasche mit der wir die vorrunde geschlossen haben zu bespringen und in die erste feste masche eine kettmasche häkeln so und dann bis zum ende der runde mit festen maschen und wenn notwendig auch zunahmen und abnahmen in der mitte der runde machen so ich zeige nur dann jetzt eine abnahme am ende der runde so wenn wir jetzt bis zum ende der runde bis zu dieser abnahme gehäkelt haben müssen wir dann eine abnahme am ende der runde machen und das machen wir folgenden massen so hier ist diese abnahme das ist dann in der form von der letzten festen masche diese runde so und für die abnahme stechen werden diese abnahme und dann in die einstichstelle diese erste kettmasche die wir am anfang der runde gehäkelt haben und häkeln diese zwei festen maschen zusammen also das heißt für die abnahme am ende der runde machen wir am anfang der runde häkeln wir eine kettmasche in die erste feste masche diese runde und am ende der runde häkeln wir zwei feste maschen zusammen dabei stechen wir die erste masche die erste feste masche in die abnahme der vorrunde und die letzte und die letzte die zweite feste masche in die einstichstelle der ersten masche diese runde und häkeln zusammen und schließen die runde mit einer kettmasche in die erste feste masche diese runde das ist dann abnahme am ende der runde